Super Meat Boy startet jetzt so, da bin ich wieder zurück mit... Yes, da ist der! Spiel starten! Ähm, folgendes. Ich möchte nochmal für, ähm, also paar Unklarheiten beheben. Und zwar, hab ich ja gesagt, dass ich das Spiel hundertprozentig durchspielen werde. Jetzt haben einige gesagt, äh, es sieht nicht so danach aus, weil du findest da einige Bandagen, aber hebst du nicht auf. Ich wollte jetzt erstmal, ähm, das Spiel durchspielen, sodass ich alles erstmal sehe. Und danach werden wir nach und nach Bandagen holen. Es gibt irgendwelche Glitch-Welten, hat Zombie gesagt. Es gibt, ähm, ja, Reaktiere, die man freischalten muss mit diesen Bandagen. Es gibt, was gibt's noch, diese zweiten Welten oder sowas? Hier, guck mal, warte mal, wenn man nach unten, oder wie ging das nochmal? Irgendwie gab's da was. So, auf jeden Fall, die Salzfabrik. Da werden wir jetzt reinglupschen und bekommen eine wunderschöne Katzin. Nein, er flüchtet! Kalt sie auf! Oh nein, er hat das Book of Shadows. Was mein Schutz still gibt. Aber wir gehen breitbeinig in die Salzfabrik, haben keine Angst, Mann. The Factory! So, los geht's. Verbände, 20 Stück gibt's hier tatsächlich. Also in jedem Level gibt's ein Verband. Okay. Und diese Glitch-Welten, ähm, tauchen auf, wenn man, ähm, oh Gott, ich muss mich erstmal reinfinden. Ich hab jetzt, sterbe ich, wenn ich in Salz komme? Ich glaub schon, oder? So, ui, oh, fuck. Ähm, diese Glitch-Welten tauchen auf, wenn man, ähm, wenn dieses Bandage-Girl irgendwie komisch aussieht, meinte Zombie. So, gut. Wenn die irgendwie so verglitscht aussieht, dann kommt man in die Glitch-Welt. So, nächstes Level. Oh man. Das ist gerade der erste Part, den ich hier aufnehme, hab davor nicht aufgewärmt. Das ist vielleicht nicht so gut. Vielleicht sollte ich mich erstmal davor aufwärmen. Ähm, muss ich überhaupt noch unten, oder was? Achso, die Bandage. Oh, guck mal hier. Ach, guck mal hier, die Bandage. Wie, wie kommt man dann wieder hoch? Moment, ich will sie jetzt holen, wenn ich schon weiß, wo die ist. Gib her. Dein! Okay, ich würd sagen, wir gehen einfach weiter, bevor ich mich hier wieder im zweiten Level so lange aufhalte. Okay. Nein, halt dich da fest, du blöd Arsch. Okay, das war blöd. Vielleicht soll ich gleich erstmal da hinspringen. Oh, wow. Na, was mach ich denn hier? Okay, so. Konzentrier dich, Holly. Ne, okay, ich spiel mit Joystick. Mit Joystick ist irgendwie cooler. Jetzt hab ich mich gewöhnt an den Joystick. Bin ich blöd? Das ist doch voll einfach. Einfach so, zack. Und zack. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Easy, easy, viel zu einfach, viel zu... Ach, man muss gar nicht, ich hab auch gemerkt, man muss gar nicht in die Richtung drücken, ne? Man muss nur springen drücken, doch, man muss in die Richtung drücken, okay. Hä, 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 hä. Ha, 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 ha. Okay, so. Okay, jetzt, ähm, wir müssen Schlüssel finden, alles klar. Spring, mein Lieber. Oh, guck mal, das beschleunigt uns. Ach du Scheiße, okay. Gut, neue Flächen. Da ist der Schlüssel. Alles klar. Oh, wisst ihr, was ich da gemacht hätte müssen tun? Warte mal. Das... Ich zeig dir mal, was ich eigentlich hätte machen müssen. Das wär voll cool gewesen. Scheiße. So. Pass auf, von der Wand abspringen, oder was? Hier so, zack, und dann... Okay, nein, das klappt. Ich wurde dann nach vorne ges... Na, komm, so hoch, zack. Rüber. Kein Problem. Rüber, kein Problem. Rüber, kein Problem. Nimm den Schlüssel. Und einfach rüber. Kein Problem, oder? Leute, ist das ein Problem? Ich denke nicht. Kein A+, verdammt. Habt ihr den schlässsten Weg genommen, oder nicht? Oh, oh. So, ganz easy. Wie... Bitte was? Warte mal, ganz kurz. Wie, wie, wie kommen wir da dran? Wahrscheinlich braucht man da einen neuen... Also einen anderen, anderen Charakter, oder? Ich hab gesehen, da gibt es irgendwie welche, die auch so fliegen können und so einen Scheiß. Okay, das geht nicht. Warte mal. Doch, was, das geht. Nein, komm, hoch da. Oh, immerhin ein Abfluss. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein sehr erstes Abfluss in der Salzfabrik. Es wird schon viel schwerer. Und ich will nicht wissen, wie es später wird. Ach, guck mal, wir müssen da unten rein. Da. Ach, erst mal Schlüssel finden. Okay. Gut. Ähm, da will ich rein. Deswegen beeile ich mich jetzt mal. Wie, wie geht das denn? Ah, okay, verstehe. Hui. Und jetzt müssen wir da hin. Hui. Halt dich fest. Du Arschloch. So. Hui. Verdammt. So. Und jetzt ganz runter, ne? Ich muss ganz runter. Ah. Yes. Nein. Ah, ich dachte, ich krieg das hin. So, weißt du, die beiden kombinieren so richtig cool. Als hätte ich Ahnung, was ich hier tue, weißt du? Das wäre vielleicht noch ganz witzig. Ja, komm, schau. Yes. Okay. Wahrscheinlich kann man das kombinieren. Aber ich bin noch ein bisschen zu gut dafür. Wo ist eigentlich der Schlüssel hin? Hier muss ich irgendwo einen Schlüssel geben. Den habe ich nicht gesehen jetzt. Auf die Schnelle. Okay. So. Okay. A+. Wie? Nein, nein. Das wiederhole ich. Das wiederhole ich. Das kann doch nicht so schwer sein, hier eine A+. zu holen. Mist. Komm, wir haben wahrscheinlich unter 5 Sekunden. Yes. Yes, yes. Wir haben es geschafft. Nice. Wollte schon sagen, so schwer ist das jetzt nicht, ne? Boah. Oh mein Gott. Ich überlege mir gerade, wie schaffst du hier die 100% ey? Hey, Bandage Girl. Nice, A+. Wie willst du hier die 100% schaffen, überlege ich mir gerade. Da werden wir stundenlang hier dran sitzen. Ach, du Scheiße. Oh, jetzt werden wir auch noch angeschossen. Na, super. Oh mein Gott. Kein A+. Doch, das ist nicht so schwer. Deswegen mache ich es nochmal. Au. 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 Ey, wie habe ich das gerade geschafft? Das war cool. Na gut, lassen wir das. Yes, A+, haben wir. Nice, nice, nice. Weiter geht's. Oh, verdammt. Was muss ich da machen? So hoch. Und dann... Da gibt's irgendeinen Trick. Da gibt's irgendeinen Trick. Was ist der Trick? Ach, fuck. Achtung, ich lebe noch. Was ist der Trick? Was ist der Trick? Einfach so, oder was? Das ist der Trick? Ich glaube nicht. Schlüssel geholt. Was ist der Trick? Warte mal. Da gibt's auch irgendeinen Trick wahrscheinlich, um hier so zacken. Und dann kann man da so richtig schnell rüberspringen oder so. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ich da jetzt hin müsste. Ach, Plus haben wir bekommen. Ey, nice. Okay, doch. Ich dachte, wir sind zu langsam unterwegs. War nicht so professionell gelöst. Aber wir haben's geschafft. Immerhin. So, komm her. Autsch. Wow. Scheiße, Alter. Die drehen sich an der Luft noch. Nein. Ah, ich hab nach links gedrückt. Aber der wollte nicht. Ja, da stand ich schon zu lange, glaub ich. Spandage. Hol's dir. Nein. Aber ich weiß, wo's ist. Okay, sehr gut. Das holen wir uns. Das holen wir uns. Das ist nicht so schwer. Wieso springe ich eigentlich wie ein Irrer, wenn ich hier einfach so durchrennen kann? Ich bin ein Irrer. Oh, Mann. Ja. Und nochmal für A+, oder? Nochmal für A+, wiederholen. Wahrscheinlich ist ja nämlich was frei. Muss ich da... Ich muss, glaub ich, alle in einer Welt holen, oder was? Oder... Oder was? Okay. So, jetzt die Frage nochmal, warum springe ich da rum? Wenn ich einfach so runtersliden kann. Mist, hat er... Na, kam schon, bewegt dich schneller hier. Nice, geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich muss einfach da ganz rüber, ne? Damit das alles weg geht. Irgendwie schneller. Ah, Plus haben wir. Nice, nice, nice. Haben wir bekommen. Haben wir bekommen. Oh, mein Gott. Ich werde verfolgt von etwas. Ich weiß, aber hätte ich einfach drüber springen können. Hier so rüber. Zack. Da so. Und dann Hä so. Und dann irgendwie so. Da muss man das machen. Ja, super cool. Und ich bekomme keinen Abfluss. Ne, habe ich auch nicht verdient. Warte mal, machen wir nochmal. Verdammt. Verdammt, das ist auch kein Abfluss, würd ich. Scheiße. Ah, Mist. Oh, Mann, komm schon. Ich will hier einen Abfluss holen. Ich will einen Abfluss holen. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich mag Spiele mit Herausforderungen. Ist doch kein Abfluss mehr, oder? Wahrscheinlich unter 10 Sekunden. Ja, unter 10 Sekunden, würde ich jetzt mal schätzen. Okay, let's go. Oh, Gott. Oh, Gott. Was mache ich denn überhaupt nicht, Idiot? Ich könnte doch einfach so machen. Ich spiele hier Pingpong. Ach, du Scheiße. Ich glaube, diese Seite ist besser. Wie schneller ist das Ding, kann ich ja eh nicht sein. Ah, Mist. Und die richtige Seite. Nice. A plus. Aber wo war das Bandage? Weil ich will nochmal wiederholen und gucken, wo das Bandage war. Vielleicht weiter oben oder so. Huh, noch gerettet. Ich seh das Bandage nicht. Ne, ich seh's nicht. Hm, keine Ahnung, wo es ist. Okay, nächstes Level. Okay, da muss ich einfach mitsliden. Einfach mitsliden. Hahaha. Ich kann den Speedrun danach weitergucken. Ich habe den Speedrun gestern angeguckt, aber nur bis dahin, wo ich war. Und das ist natürlich richtig crazy. Und ich will wissen, ob es hier irgendwelche Tricks gibt oder sowas. Mist. Kannst doch eh nicht schneller sein als die Dinger, Holly. Also, wieso beruhigst du dich nicht? Okay. Kleines Geduldspielchen. Nein! Nein! Na gut. Gleich haben wir es. Great Ape Dursch. Ich hoffe, ich nehme alles auf, oder? Ja, ich nehme alles auf, natürlich. So, weiter geht's. Easy. Ha! 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 Ah, plus. Ja, würde ich doch sagen, ne? Ich habe das Dings wieder nicht gesehen. Dieses Mandeschchen. Oh, da geht's raus. Pfff, das habe ich die Wand nicht gesehen. Nee, das darf mich, wenn ich so, nicht so, nicht so cool durchflitzen kann. Nein! Scheiße. Ach, Mano. Ach, Mano. Mano. Ich will A plus haben direkt. Ich bin, das ist, das Spiel zwingt einen ehrgeizig zu werden. Und das ist ja nicht verkehrt eigentlich, glaube ich. Einfach so. Ah, ich hätte da einfach abspringen können, weißt du, von dem Ding da oben. Ja, das ist schon kein A plus mehr, oder? Muss ich da vielleicht von dieser Seite abspringen? Boah, ich verstehe es nicht, Alter. Pff. Nee, nee, kannst du vergessen. Ich dachte, warte mal, warte mal, lass mal was versuchen. Lass mal was versuchen. Lass mal was knacken. Ach, Mann. Spring doch ab. Ja, das könnte klappen. Das könnte klappen. Okay, das könnte klappen. Wahrscheinlich ist das irgendwie so viel einfacher. Ja, Mann. Ja, Mann. Also, nicht so, wie ich es mache, sondern auf dem richtigen Weg. Auf dem legalen Weg. Ah, plus direkt. Easy. Schätze, ey. Mann. So, da gab es eine Fläche, aber wisst ihr was? Ich kann es nicht nur Resi einfach. Wir können eh nicht schnell genug, also schneller als das Ding sein, oder? Weil das brauchen wir. Oder können wir es auch ohne schaffen? Ich glaube, das können wir auch ohne schaffen. Wer hat gesagt, dass du da abspringen sollst? Nein, Mann. Oh, jetzt fängt es langsam an, ja? Jetzt fängt es langsam an, sodass die ersten Gedanken so, hm, wie weit kann ich meinen Controller werfen? Das interessiert mich. Oh mein Gott. Okay. Ich würde können das hier machen. Genau, guck mal. Das geht auch viel einfacher. Sagt her und stopp! Ja, direkt ab, plus. Okay, aber wo ist das Bandage? Ich sehe es nicht. Wo ist das Bandage? Wenn es in jedem, wenn es 20 Stück hier gibt, sondern es gibt ja nur 20 Level. Wo sind die ganzen Bandage-Dinger? Muss man das nochmal machen, oder was? Naja, so. Weiter geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Töte mich. Scheiße, ich habe es fast geschafft. Ach, ich muss runter. Oh. Na, super, wie ich alles da weggemacht habe. Natürlich, selbst professionell. Nein, aber fast. Okay. Nein, ich muss da durchspringen. Mist. Vielleicht muss ich auch auf der anderen Seite runterspringen, hä? Vielleicht ist der besser, weil guck mal, der fährt nach oben. Ja, ich glaube, andersrum ist besser. Oh mein Gott. Gott. Nein. Komm schon, du... Nochmal, nochmal, nochmal. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich will A plus haben. A plus oder D Abo. Gut, wie du professionell alle weggehauen hast. Das ist die falsche Seite. Und deswegen kratzt du auch ab. Töte mich. Verdammt. Boah. Ich muss da reinhüpfen, wie ein Profi. Oder warte mal. Warte mal. Wieso ist er nicht gesprungen? Wieso ist er nicht gesprungen? Jetzt vielleicht hat er doch diese Seite besser. Wir machen A plus. Yes. Nächstes Level. Au. Da ist der Schlüssel. Oh Gott. Ich dachte, wo ist der Schlüssel. Und da ist ein Bandage. Ups. 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 Okay. Wie komme ich denn da hoch? Nur so nebenbei. Warte mal. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Braucht man einen speziellen Charakter dafür? Ich glaube schon, oder? Kann es sein, dass man einige nur holen kann, wenn man spezielle Charaktere freigestellt hat. Warte mal. Wir machen das hier so. Wie ein Verrückter. Rennen wir rum. So. Scheiß, oder da, wo ist's? Was mache ich hier? Wieso bin ich jetzt hier unten? Nur so nebenbei? Hä? Ist hier nicht ein Schlüssel oder sonst was? Ah, so. Ah, plus sogar. Warte, hier Bandage. Gab es hier irgendwo ein Bandage? Ich sehe es nicht. Wahrscheinlich irgendwo versteckt hier, ne? Irgendwo versteckt unter den Dingern. Hm, würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich mache das mal noch nicht. Wir gehen jetzt hier weiter und sind einfach nur glücklich, dass ich es geschafft habe. Ich will es haben, da oben. Oh, da ist ein Raketending. Scheiße. Mist. Hm. Okay, verstehe. Da müssen wir einen Schlüssel holen. Die sind hier zufällig. Ach, ne. Ihren Schlüssel und dann nochmal zurück. Boah, wollen wir das mal wagen? Okay. Haben wir einen A-Plus geholt, wenigstens? Habe ich einen A-Plus? Zurück zur Karte. Wir gucken jetzt erstmal, ob ich einen A-Plus hier auf dieser Welt habe. Ich habe nein. Wir brauchen 72 Millisekunden zu... Langsam. Hm, dann müssen wir warten. Dann müssen wir sliden und dann, wenn er schießt, kurz davor dann abspringen. Okay. Huh. Ist alles gut, alles gut, alles gut. Man lernt jedes Mal dazu. Jedes Mal lernt man dazu. Ja, A-Plus immerhin. Okay. Gut, die Bände Stinger holen wir uns mit. Und jetzt kommt doch der Boss, oder nicht? Auf geht's. Booyakazam. Hat er uns gerade runtergespült? Nee, okay. Oh nein, kommt jetzt das Kacki-Monster, oder was? Aus Rebirth? Oder wer ist das? Gish! Oder so. Hä? Okay, er füllt alles mit Salz, glaube ich. Und wir müssen jetzt ein Wettrennen machen. Ach, sieh an. Wow, man darf sich keine Fehler erlauben, oder was? Ach, du Kacki-Kowski. Oh, Mann. Okay, 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 okay. Los, los, los. Keine Fehler erlauben, ist doch easy. Na, guck mal, haben wir schon eingeholt. Na, haben wir schon eingeholt! Bin ich dumm, oder sowas? Jetzt versuche ich schon Tricks, weißt du, was du rausfinden. Vielleicht sollte ich einfach ihm folgen. Ich sollte ihm vielleicht einfach folgen. Okay, ähm. Der hat einen fetten Moves drauf. Bin mir nein geholt, nur so dem Bye. Der hat uns eingeholt, nur so nebenbei. Gib, Gumi, wieso läufst du nicht komplett schnell? Gib mir keine Chancen, hör auf damit. Hätte ich einfach rüber, hätte gemusst. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht, diese Movements. Oh, scheiße. Okay, das kriegen wir hin. Mein ist heavy, Speedrunners. Der hat, der ist abgestürzt. Yes! Nein! Wer hat das Brot du bist bei mir? Wir sind Brüder. Glaube ich. Hopp! Der wirft den Ziegelstein. Das war's für heute mit Super Meat Boy. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. So. Jetzt muss ich die Aufnahme beenden. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schönen Sieori zum نہیں Jahre alt.